Erde, Wasser, Luft und Sonne. Bei der Nutzung natürlicher Energiequellen zählt das Unternehmen IDM Energiesysteme europaweit zu den Vorreitern. Wir sind Pioniere auf dem Gebiet erneuerbarer Energien, bauen Wärmepumpen bis 700 Kilowatt Heizleistung und sind der größte Heizungswärmepumpenhersteller in Österreich. Durch stetige Forschung und Entwicklung setzen wir seit 40 Jahren die Marktstandards in Qualität und Technologie. Die iPump ist das jüngste Ergebnis und ein gutes Beispiel für unsere Innovationskraft. Vom Hauptsitz des Unternehmens in Matrai in Osttirol werden Kunden europaweit mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie mit maßgeschneiderten Services beliefert. So erhalten IDM Partner nicht nur umfassende Planungsunterstützung bei der Realisierung neuer Projekte, sondern können sich regelmäßig in Veranstaltungen und Seminaren der IDM Akademie aktuelles Know-how aneignen. 2017 werden 140 IDM Mitarbeiter über 5000 Wärmepumpen produzieren und einen Umsatz von 32 Millionen Euro erwirtschaften. IDM Energiesysteme 40 Jahre Wärmepumpen aus Österreich 50olution cables 35 Worre 23 22 23 21